wirklich und das hatte gerade auch Ratheit er hat einfach aus der Hinausblenden gedrückt das passiert wirklich mal jedem Neger dass das das eigentlich 3000 mal passiert dass man sich irgendwie verdrückt oder so ist aber normal ja das verdammt los und wo ist die shotgun? keine Ahnung wo die ist aber die ah da Digga grün und grün man kann das doch nicht sehen jetzt ist der Tod mann nur Butter, das ist so far. Legendeere Automat. Hallo. Oh. Was ist hier denn? Hier ist es wirklich ein Blut. Und ich fahre direkt bei den Volkern. Und ich fahre direkt bei den Volkern. Ist hier jemand? Sieht nicht so aus. Sieht vielleicht nicht so aus, dass hier jemand wäre. Geh mal rein. Hier ist es eigentlich fast immer ein Gegner. Ist auch nichts. Bisschen langweilig geworden. Gegner hat sich jetzt echt gebraucht. Da ist ein Kugeler Typ. Aber wie soll ich Kugeler Leute einführen? Aha. Das war schon weh. Wer ist hier oben? Wer ist oben? Komm her! Komm her! Digga, musst du mich so verdammt mies angreifen? Musst du das? Was? Ich nehme hier zu. Oder nee. Was? Du wirst jetzt nicht mehr aufstehen. Headshot! 210er Headshot ins Gewicht. Das ist ne Scheiß Schatzkarte, die da hinten führt. Und deswegen ist er direkt in meine Richtung gerannt. Ich brauche aber keine Schatzkarten. Ich bin kein Schatz-Heini. Ich habe sowieso jetzt Schatzkarten. Ich nehme die nicht mal mit. Vielleicht nehme ich sie mal aus Versehen mit, aber ich benutze sie gar nicht. Was ist das denn? Das ist ja kein Inventar gegen die Schatzkarte. Direkt mit dem Fall gegen die Schatzkarte. Das ist Gegner. Wir sind Gegner. Wir sind Gegner. Wir sind Gegner, sondern wir sind Gegner. Wir sind Gegner. Wir sind Gegner. Amal gehaltet. Die Affenmanteloff ist hier. Untertitelung des ZDF, 2020 ja 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 Ich habe das Schuss. Was ist das? Wo ist der verdammte Typ? Ich hab so verdammt wenig Leben. Ich brauch sein Leben! Ach, der kommt halt nicht. Ich hätte mir jetzt ein Blocklauncher so zerfetzt. Was ist der da? Stopp! Du musst schauen! Da ist der doch! Da wurde grad was abgeschossen. Wo ist der zu tun? Aha! Gehütet! Nochmal gehütet! Was ist denn hier? Ich hab's einfach editiert und bin einfach durchgegriffen dadurch. Das landfinget? Ja. Das landfinget! Todann schau dich! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Klickler sohunderschöne run-boi-run Da Bandage... Ja! Darf ich rüber? Ja! 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 Wuh! Wuh! Connecting... Ich werd wieder voll gespammt, Leute! Und jetzt von einem Pro-Player! Da geht weiter! Bitte nicht auf meinen Berg landen! Oder ich geh einfach selber runter! Aber jetzt... Ich werd NOCHMAL gelasert! Von der Seite! Was ist das für ein Schrott? Ich trink ganz schnell Mies! Damit ich gleich nicht ruhe! Gut! Sind ja nur zwei Schauern! Die hab ich für ein paar Sekunden bekommen! So! Den muss ich mal hängen! Hinten liegen noch ein bisschen witz! Ich bin jetzt... Traum... Ich zieh die hier links... Ein bisschen Minis... Hier links... Hier links... Hier links... Hier links... Da bin ich mal wieder super fit, Digga! Wieder super fit! Die fit! Die fit! Die fit! Das muss ich nur hier durchgehen! Dann einen umbringen! Ohne es... Viel Schaden zu kassieren! Ich mach noch nen unnötigen Headshot, Bruh! Das ist der letzte! Das ist der letzte! Hanf 2016 Du failst! Bro! Du failst soo Mach! Du failst! Du failed... Stop, 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 stop! Werde, hier genommen! Hier genommen, Mann!